Moin liebe St. Pauli Fans, wir sind ja live auf dem Stadion bei dem ersten Tagspiel der Frauen. In Hamburg, da bin ich zuhause. Wir haben wieder gesehen, du bist ein Tapper schön in die Ferne hinaus. Hey, das ist grob für, das sind 25.000 Euro. Moin zusammen, abstrich. Moin. Mammarie, aufstehen. Mammarie! Aufstehen. Mammarie! 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 Vielen Dank.